Akku-Lichtschächte können mit Aufstock-Elementen erhöht werden. Zur Stabilität bei der Montage müssen die Elemente entweder mit einem Aussteifungsrahmen oder mit einem Rost versieren werden. Die gewünschte Höhe ist stufenlos einstellbar. Ist die gewünschte Höhe festgelegt, werden die Löcher gebohrt, die Dübel eingeführt und das Element verschraubt. Die Rostabhebesicherung kann entsprechend der Höhe einfach mit den beigelegten Ketten verlängert werden. Lichtschächte mit einem Aufstock-Element benötigen keinen Aussteifungsrahmen. Bei Lichtschächten mit mehr als einem Aufstock-Element benötigt jeweils das erste und das zweite Aufstock-Element einen Aussteifungsrahmen. Bis zu drei Aufstock-Elemente übereinander sind zulässig. Lichtschächte, die mit Aufstock-Elementen versehen wurden, sind nicht befahrbar.